Hallo, okay, ich bin durchsach zu meinem Netzbetzel, ich beobachte schon gleich drei. Sind ja jetzt auf den Phoenix? Okay, hier ist es okay. Um diese Nachrichten zu unterbrechen. Das ist nicht gut. Wir verlieren Signal! Wir brauchen mehr Wacht! Ist das nicht der Präsident? Sie kamen aus dem Licht! Eine Tyrannoiden-Invasion! In den Amts ist das Präsidenten eingetrunken! Wir halten hier nicht mehr lange Stand! Ist der Präsident? Seth, bist du noch da? Hä? Roboterbürger der Solana-Galaxie! Die Stunde der Freiheit ist da! Zu lange habt ihr Roboter unter verlogenen, unfassbar dummen, eklig weichen und übel riechenden, organischen Lebensformen treten! Bald genießen alle Roboter Freiheit und Gleichheit unter meiner wohlwollenden, eisenharten Herrschaft! Und was euch, organischen Lebensformen, bitte? Reiß euch darauf, death-prall zu werden! Hahahaha! Das wär's erstmal! Kurs auf Makaria nehmen! Höchstgeschwindigkeit! Transporte für Invasionen vorbereiten! Wir greifen an! Wir sehen uns auf Makaria! Koordinaten von K-P-Captors! Die... Abnahme im Alk-Kriegheit! ... Wie deine aktuellen Missionen anzusehen, musst du das Missionsmenü vom Pausebildschirm aus... ... aufsitzen! Mit dem Gadget von Rüstungsautomaten ist neue Panzerung erhebend! Schönen wir mal nach! Ich hoffe, dass ich mir verwendet habe... Oh, ich glaube nicht. Hier, die Notenanzug. Auch noch neue Wurzeln. Die sind neu. Der Infektor, die Saukanone. Ich habe Waffe angeschickt. Ich habe Waffe angeschickt. Ich habe Waffe angeschickt. Ich habe jetzt noch das Kiefer. Wir haben das Kiefer. Ja, mit Exos. Ah, Kostüme. So können wir. Maccabi, Maccabi Eterna. Gut Sie zu sehen Sir, der Amt ist das Präsident ist am anderen Ende der Stadt. Paschen Sie gut auf, die Tyrannoiden sind überall unterwegs. Tippe die Dreiecktappe doppelt an, um durchsetzt die drei ausgerüttelten Waffen zu schalten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du kannst die Kamerasteuerung im Optionsmenü umkehren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020